Die Jogginghose ist ein Kulturgut und sollte nicht diskriminiert werden. Deshalb gibt es den Internationalen Jogginghosentag am 21. Januar. Dieser Tag wurde bei der Gründung 2010 wahrscheinlich eher als Witz gefeiert. Jedoch über die letzten Jahre hat der Tag der Jogginghose in über 50 Ländern immer mehr Teilnehmer und wird öffentlich zelebriert. Feier doch einfach mit beim nächsten Mal!